Das Rang 14 Gier in Season of Discovery wird wohl irgendwie getimed. Anscheinend kannst du Rang 8, ich glaube es war Rang 8, oder? Ich glaube Rang 8 kann man erst ab BWL oder so. Und Rang 14 gibt es erst ab AQ. Das heißt, ihr könnt nicht, wenn ihr Level 60 seid, sofort Rang 14 machen. Und dann gleich jeden Raid überspringen. Weil Rang 14 Gier ist ja ungefähr so AQ-Gier. Finde ich ganz gut, dass ihr das getimed habt. Außerdem, was noch kommen wird, es gibt kein Honor Decay mehr. Das heißt, eigentlich jeder kann R14 machen. High Warlocked wird für jeden rausgeschmissen. Das sind so die letzten Änderungen, die sie wohl gemacht haben für PvP in SUD.